Disziplin. Für die einen ein absolutes Unwort. Disziplin bedeutet Einschränkung der Freiheit, Zwang und 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 und. Für die anderen ist das das Elixier schlechthin für Erfolg. Auch in einer Kapitalanlage, bei einer Kapitalanlagestrategie hilft dir Disziplin weiter. Bleib mal dran und erfahre mehr dazu. Ja, das Wörtchen Disziplin, das ist wirklich polarisierend. Und die einen sagen, Disziplin ist der Schlüssel für Erfolg schlechthin. Ohne Disziplin geht im Leben gar nichts. Und die anderen sagen, wenn ich das schon höre, das Wort Disziplin, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Disziplin bedeutet, ich muss mich einschränken, bedeutet, ich werde gegängelt, ich gebe Freiheiten auf und 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 und. Also Disziplin ist sehr, sehr kontrovers diskutiert, aber ohne Disziplin kommst du nun mal nicht weiter. Wenn du beispielsweise gesund sein möchtest, einen tollen Körper haben möchtest und ins Krafttraining, ins Fitnessstudio gehst und dir überlegst, du machst es einfach jetzt konsequent, diszipliniert, zwei bis drei Mal die Woche mit einem ganz klaren Trainingsplan, hältst dich eisern dran, ziehst richtig durch, dann kommst du mit deiner Disziplin in absehbarer Zeit zu deinem Körper, den du dir vorstellst, zu deinem Gesundheitszustand und alles ist gut. Würdest du das ganze Vorhaben aber angehen und sagen, naja gut, ich möchte eigentlich schon fit sein und möchte gesund sein und möchte Muckis haben und so weiter und wenn es mich bockt, dann gehe ich mal ins Fitnessstudio, dann wirst du wahrscheinlich nicht so oft ins Fitnessstudio gehen, wie wenn du das mit Plan und Disziplin durchziehst. Das heißt, du wirst dein Ziel eines gesunden Körpers mit Sicherheit nicht in der gleichen Form erreichen, wie wenn du das Thema mit Disziplin angehst. Im Beruf ist es ähnlich, wenn du diszipliniert einfach deinen Job machst, diszipliniert deine Karriere verfolgst, kommst du einfach Schritt für Schritt weiter, macht nicht immer Spaß, aber man muss da einfach auch mal die Ohren anlegen und durchgehen. Mit Disziplin funktioniert das. Wenn du nur in deinem Beruf so viel machst, wie du gerade Lust hast und wenn es mal ein bisschen wehtut und ein bisschen schwieriger wird, einfach wieder aufhörst und was anderes tust, dann kommst du mit deiner Karriere eben nicht so weiter. Für mich ist das kein Gut und kein Böse, es ist einfach nur die Feststellung, dass es unterschiedlichen Output gibt und jeder muss mit seinem persönlichen Output natürlich zu Rande kommen, ganz klar. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn du finanzielle Ziele hast? Wenn du finanzielle Ziele hast, die du gerne erreichen möchtest, ist es wichtig, dass du eine Anlagestrategie hast. Und deine Anlagestrategie, eine Investmentstrategie zeichnet sich dadurch aus, dass sie alle Phasen, alle Marktphasen, die kommen können, eigentlich schon vorwegnehmen. Das heißt, sie sollte so robust, so stabil sein, dass sie auch durch die Krisen der Zukunft durchleiten kann und auch diesen Krisen standhält. Das heißt, das Wichtigste an einer Anlagestrategie ist, erstens mal, dass du überhaupt eine hast und zweitens, dass du ihr ganz diszipliniert folgst. Weil was wird passieren? Wenn die nächste Krise kommt, schreit die ganze Welt wieder Armageddon, die Presse ist negativ, die sozialen Medien schreiben, alles ist katastrophal, die Unsicherheit wird immens groß und wir als Menschen sind dafür extrem empfänglich. Das heißt, diese Unsicherheit wird dich immer wieder antriggern, immer wieder dazu führen, dass du geneigt bist, deine Anlagestrategie zu verlassen und irgendwie auf die neuen Rahmenbedingungen zu reagieren. Und das ist der Anfang vom Ende. Hier passieren die Fehler. Das heißt, folge deiner Anlagestrategie ganz diszipliniert, hinterfrage, hat sich irgendwas geändert an deinem persönlichen Leben, auf das ja die Anlagestrategie sinnvollerweise ausgerichtet ist. Musst du deswegen die Anlagestrategie anpassen? Okay. Sollte da aber deine Ziele und so weiter alle gleich geblieben sein, deine Lebensumstände gleich geblieben sein und nur die äußeren Umstände sich geändert haben, dann bitte folge deiner Anlagestrategie in aller Disziplin. Sie ist dafür ausgerichtet, wenn sie gut ist, dass ihr diszipliniert gefolgt werden kann, konsequent gefolgt werden kann. Wenn du das tust, erreichst du deine Ziele. Wirst du undiszipliniert und weichst von deiner Anlagestrategie ab, reagierst also auf die äußeren Umstände, führt das in den Wald und die Renditen und die finanziellen Ergebnisse, die am Ende des Tages rauskommen, sind bei weitem geringer, als wenn du diszipliniert deiner Anlagestrategie folgst. Solltest du dir jetzt überlegen, ja wo komme ich denn zu einer Anlagestrategie, dann kenne ich jemanden, der dir dabei behilflich sein kann. Die Kontaktdaten findest du hier rund um das Video. Komm einfach mal auf mich zu, wir unterhalten uns in 20 Minuten, 30 Minuten, du schilderst mir deine Situation, ich kann dir schon mal die ersten Fragen beantworten und dann können wir im nächsten Schritt wirklich schauen, kann ich dir helfen, wenn ja, wie kann ich dir helfen und wie kommen wir am geschicktesten zueinander. Also, wenn du eine Anlagestrategie benötigst, die exakt zu dir passt, komm einfach mal durch, ich freue mich auf dich. Bis bald.